Willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. So, wir haben hier... Ich weiß noch nicht so genau. Wir gucken mal, was wir hier eigentlich haben. Oh, eigentlich wollte ich mit dem Arzt machen. Ja? Oh je. Ach, weißt du, bei Parfümen gilt, weniger ist mehr. Finde ich zumindest. Okay, gut. Ja, so viel dazu. Ich wünsche den beiden viel Erfolg. Ich weiß nicht, geht das hier noch weiter? Finden wir hier noch mehr? Haben wir hier noch was? Weil da hinten standen ja auch noch Leute, ne? Ich sollte mich vor der Show noch mit Ryan abstimmen. Ja, das machen wir. Aber erst. Später. Ich will mich hier jetzt erstmal umgucken. Oh. Ich hab Mac schon ne Weile nicht mehr gesehen. Seine Lage hat sich nicht verbessert. Ich hab alles gehört. Und wollte mich bedanken. Du hast versucht, das Richtige zu tun. Und? Was jetzt? Ich mache Typhon fertig. Das gesamte Wespen-Nest. Ich stelle mich nicht gegen dich. Aber die sind die einzigen, die gerade für Jobs in der Stadt sorgen. Und ich hab noch einige Schulden. Du kannst dich besser schlagen. Okay, aber sei vorsichtig. Ja, vorsichtig sollte er auf jeden Fall sein. Völlig egal, was man von ihm halten mag. Es ist in diesem Sinne zumindest, was die Tat angeht, ja nicht sein Fehler gewesen. Ach, komm schon, Mac. Selbst du bist zu gut für Typhon. Ich fühle mich jedes Mal geschmeichelt, wenn du dich so um mich sorgst. Darum wolltest du uns auseinanderbringen. Ach. Das ist der Mac, den ich kenne. Ich wollte die beiden gar nicht aussehen. Hups. Ich wollte die beiden gar nicht auseinanderbringen. Ryan, alles bereit. Kommst du zur Bühne? Nein, unterwegs. Das Nein kommt jetzt von mir. Ich will noch gucken. Kink, pass auf dich auf, Alter. Ich geh lieber zurück. Das waren zwei auf einmal. Keine Ahnung. Ich wollte die beiden gar nicht auseinanderbringen. Nur, naja, er muss halt auch mal so ein bisschen über sich selbst nachdenken vielleicht. So. Mann. Helven geht bei dieser Party ja richtig ab, Hä? Ja, auf jeden. Ist das natürlich auch die Frage, was ist hier? Ein random Quadbike geparkt vor einem Haufen Betrunkener. Was kann da schon schief gehen? Äh, mhm. Okay. Können wir hier auch noch runter? Ne, ich glaube, hier geht's nicht runter. So, jetzt ist die Frage, laufe ich jetzt zurück und beschäftige mich mit dem großen Problem und Quatsch großen Problem und Quatsch mit Ryan oder gehe ich hier noch weiter? Lohnt es sich hier noch weiter zu gehen? Da hinten stehen nämlich auch noch Leute. Leute, hier ist einfach zu viel los. Das könnt ihr nicht machen. Ich bin noch neugierig. Hinweis. Na dann viel Glück, Schild. Kein Alkohol über diesen Punkt hinaus. Ah. Ach, wie hübsch. Sie sucht nach ihrer Schwester, die vor Jahren von der berüchtigten Hexergilde entführt wurde. Und weiter? Und unterwegs trifft sie ein paar Söldner. Aber es sind keine gewöhnlichen Söldner, sondern kriminelle Elfen und untote Priester. Sie finden die Schwester, aber die ist inzwischen die hohe Hexerin der Gilde. Und sie bedroht das ganze Königreich mit ihrer krassen Magie und so. Und sie müssen sie töten. Oder? Keine Ahnung. Total das Dilemma. Wie Shakespeare trifft Tolkien. Ich sag dir, sowas wollte ich schon immer mal schreiben. Mann. Einfach unglaublich. Klingt, als wärst du endlich wieder inspiriert. Von wegen Inspiration. Danke, Steph. Ich musste nur mal Dank dir habe ich endlich wieder richtig Spaß daran. Ethan scheint nicht der Einzige zu sein, den das Lab heute inspiriert hat. Okay, sehr schön. Ist das nicht der nahe gewesen? Weiß ich jetzt aber gerade nicht so ganz genau, ehrlich gesagt. Aber ich glaube schon. Schauen wir hier noch mehr. Wir gehen irgendwann zu Ryan zurück. Sieht aus, als wären noch echt viele Leute in der Stadt unterwegs. Ja. Nein, Mom, es ist kein Notfall. Mir geht es gut. Oh. Nur, Typhon ist nicht normal. Typhon ist echt. Es war ein Fehler, Herr zu ziehen. Alter, hau ab, solange du noch kannst. Ja. Du weißt auch von unseren Verschwiegenheitserklärungen. Ich habe drüber nachgedacht und kannst du mal mit Onkel Rick reden? Er soll mal prüfen, ob das legal ist. Hm. Okay. Nein. Gut. Mal gucken, was wir nun weiter um. Vielleicht finden wir ja noch mehr. Anscheinend gibt es hier ja noch mehr, was man finden kann. Weiß nicht, vielleicht könnte ich das auch später machen, aber naja, was soll's. große Eröffnung. Suppe und Salat gratis für Frühlingsfestteilnehmer. Kommt vorbei und schaut euch um. Mhm. Ich bin froh, dass jemand den Deiner wieder eröffnet. Cool. Möge das beste Kleinstadt Deiner gewinnen. Große Neueröffnung. Das Braunbär Deiner eröffnet nächsten Monat unter neuer Leitung. Wir freuen uns darauf, ihnen Essen zu servieren. Äh. Ich nehme ein Coupon. Es gibt keine Coupons. Sag mir einfach deinen Namen. Ich erinnere mich schon. Okay. Alex Chen. Alex Chen. Haben wir uns heute nicht schon unterhalten? Nö. Mann, ich bin so dumm. Druck Coupons aus, hat sie gesagt. Ich merke mir das schon, hab ich gesagt. Totale Selbstüberschätzung. Na ja, du könntest ja was auf mein Blog posten. Für einen Kommentar gibt's einen Rabatt. Ah. Gute Idee, Kleine. Viel Glück damit. Bei der großen Eröffnung darf nichts schiefgehen. Die Leute werden nicht ewig nachsichtig sein. Vielleicht ja doch. Mit kostenlosem Essen kommt man in Haven weit. Ja, das wird schon werden. Ach, wisst ihr was, wir gucken uns hier jetzt noch um. Vielleicht finden wir ja auch Riley. Das wäre bestimmt auch noch ganz interessant. Tja, wir haben es versucht. Ach, nein. Hör auf damit, alter Grieskram. Noch läuft das Eiscremegeschäft. Das Eiscremegeschäft war am Ende doch ein Reinfall. Aber immerhin haben wir es probiert. Klingt, als hätten sie den steinigen Weg hinter sich. Ich bin furchtbar. Mensch. Ich will nichts mehr darüber hören. Was auch immer passiert, passiert auf keinen Fall heute Abend. Klar? Okay? Also lass, lass uns einfach noch was trinken und eine richtig lange Pause von dem ganzen Wahnsinn einlegen. Okay. Du bist so schlau. Deshalb hast du mich doch geheiratet. Ah, okay, gut. Äh, ein Teil von Flugland. Nachbarn? Nicht euer Ernst. Wahrscheinlich schon ein fröhliches Frühlingsfest. Ihre Nachbarn, der ein Teil von Miengesellschaft, sind stolz, das Frühlingsfest 2019 zu sponsern. so, so. Okay, haben wir hier auch noch was? Nein, hier gibt es heute mal nichts zu finden. Und hier steht auch niemand rum. Aber wir können die Black Lantern. Okay, dann machen wir das mal. klingt, klingt, als würde Ryan auf mich warten. Ich gehe mal lieber raus. Du bleibst jetzt erst mal hier drinnen und wir gucken uns jetzt erst mal hier um. Was es hier so gibt. Ich liebe diesen übergroßen iPod. Äh, benutzen. Äh, warte mal. Jets Kroner. Es hat Spaß gemacht, Jet als Bösewicht zu sehen. Ein guter Verlierer. Wir sind hier ja bestimmt nicht umsonst, oder? Das hat bestimmt Sinn, dass man hier rein kann. Jet hat ihn für seine Stammkaste gekauft. Und sich selbst, denke ich mal. Ja, das kann gut sein. Gut gespielt, Küchenpersonal. Tageskarte. Simpler Hamburger. Seid nachsichtig, heute ist das Frühlingsfest. Okay. Ach, ich finde einen Hamburger vollkommen in Ordnung. Die Chancen stehen gut, dass ich mir später eine Tasse gönne. Mhm. Haben wir hier auch noch was? Nein, aber da hinten hatten wir noch was. Äh, den Hinweis hier lese ich jetzt nicht, oder? Den hatten wir doch schon, oder nicht? Obligatorischer freier Abend? Nehme ich. Ne, den hatten wir noch nicht. Achtung, die Black Lantern wird am Samstag, den 25. Mai, ab 15 Uhr, für das jährliche Frühlingsfest geschlossen sein. Wir öffnen wieder am Montag, den 27. Mai. Danke für Ihr Verständnis. Ja, bitte. Gehen wollen wir nicht. Wir haben uns noch gar nicht alles angesehen. Deswegen macht Gehen einfach gar keinen Sinn. Äh, nicht heute Abend. Nein. Gut. Verlegen wir aufs nächste Mal. Wie steht es mit akuter emotionaler Kleptomanie? Was? Doktor, wer auch immer. Tonikum, exzellente Behandlung von Schlangenbissen, Zecken, Flöhen, Wunden, Gemütskrankheiten, Bläschen, Senilität, Aplutophobie. Aha. Okay. Hm. Hoch können wir nicht. Ja. Ja. Ist das nicht schön? Ach. Da sitzt der Ducky. Äh, aber ich will mich hier erstmal umschauen. Hey, du hast mir nicht zu sagen, was ich tun soll. Äh, jaja. Haben wir hier hinten noch was? Noch ein Bild. Wird ne lustige Nacht. Stimmt. Okay. Komm schon, Junge, bring's hinter dich. Ich... Wir müssen nicht kotzen. Du wirst dich danach viel besser fühlen. Ich... Ich sterbe, Ed. Nicht heute Nacht, Geburtstagskind. Obwohl du es dir morgen früh bestimmt wünschen kannst. Guter Junge. Okay. Ja, lecker. Da hat Ryan anscheinend etwas zu tief ins Glas geschaut. Nun gut, dann gucken wir mal weiter. Hm. Hi, hi, Dougie. Okay. Ähm, warte mal, lass uns mal eben noch hier umgucken, bevor wir ihn ansprechen. Falls es hier was zu gucken gibt, da können wir nur spielen. Das will ich jetzt eigentlich nicht... Äh, wir können gar nichts machen. Okay, gut. Dann. es ist nicht dasselbe ohne dich, Tabitha. War es nie. Wird es nie sein. Tabitha. Klingt, als hätte Ducky wohl eine Geschichte auf Lager. Okay. Ich frage mich, wer diese Tabitha ist. Hey, Ducky. Wer ist Tabitha? Willst du mir von ihr erzählen? Weißt du, Alex, über dieses spezielle Thema möchte ich wirklich nicht heiden. Okay. Es muss noch etwas geben, das ich für Ducky tun kann. Ja, okay. 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 Sag mir, was ich wissen muss, um ihm zu helfen. Gut, dann schauen wir mal. Weißt du, den habe ich selbst geschnitzt. Ich bin Reginald McAllister III. Meine Freunde nennen mich Ducky. Tabitha Baker, nenn mich Tabs! Gut, ich nehme mal an, dass... Ich weiß nicht, seine Frau? Haben wir hier noch was? Ich sehe zumindest gerade nichts. Aber irgendwo gibt es bestimmt noch etwas zu sehen. Warte, warte! Noch nicht trinken! Schau erst ins Glas! Was? Wieso denn? Oh, Ducky! Der ist wunderschön! Tabitha Baker, willst du mich heiraten? Oh, okay. Wie süß. Gut, dass sie sie gewarnt hat. Gut, dass er sie gewarnt hat. Nicht sie, sie. Gut, aber das ist, glaube ich, noch nicht alles. Warte mal. Die Box erstrahlt. Ach! Alles Gute zum Jahrestag. Auf die nächsten 30 Jahre! Und weitere 30 Feste. Falls wir es schaffen. Ducky, du wirst die ganze verdammte Stadt überleben. Ich kenne dieses Lied. Ja, okay. Ich weiß nicht, haben wir denn hier noch mehr? Er scheint auf jeden Fall sehr darunter zu leiden, dass sie nicht mehr da ist. Mensch. Ach, helfen. Okay. Es ist eine schwierige Nacht für dich. Nicht wahr? Das Frühlingsfest. Hm, das stimmt. Du hast Tabitha hier kennengelernt. Stimmt's? In der Lantern. Ja, genau. In dieser Nacht hier zu sein, war der größte Glücksfall für mich. Äh, Frühlingsfest. Das Frühlingsfest war sehr wichtig für euch beide, oder? Allerdings. Wir haben auf dem Fest geheiratet. Wir beide haben es so geliebt. Okay, jetzt haben wir hier noch Holzbären tanzen. Ich hoffe, ich komme zu beiden, oder ich weiß nicht. Hast du den Holzbären wirklich selbst geschnitzt? Brenner? Das habe ich. Das war vor langer Zeit. Gib mir einen Moment. Woher wusstest du? Das ist euer Lied. Tanzen wir. Das ist euer Lied. Ich bin zufühen. Das ist ein bisschen tönt. Das ist ja, aber ich bin zufühen. Ich bin so enfin, dass ich es nicht hier und es nicht mehr auf diese Weise habe. Ich habe nicht zu viel verjahnt. That they fade just like some dreams passin' by Love seemed like that before Since I found you, there's no doubt left in my heart I've cleared all the calm words away Weißt du, was mich gerade am meisten an sie erinnert? Es ist weder der Somme noch das Frühlingsfest, sondern dass du dir die Zeit nimmst, dich um einen traurigen alten Mann zu kümmern Und das nur, um die Welt ein wenig erträglicher zu machen So wie Tabs Danke, Alex Ich denke, ich bin jetzt eher dazu geneigt, mit den anderen zu feiern Gern geschehen Genieß das Frühlingsfest Klingt, als würde Ryan auf mich warten Ich geh mal lieber raus Okay, ja, schön, dass wir ihm helfen konnten Das freut mich Und ich würde sagen, ich werde den Part Also ich werde hier jetzt gleich erstmal rausgehen Und damit wird der Part dann auch mal wieder enden Und im nächsten Part, ich weiß nicht Ich würde mich, glaube ich, ganz gerne noch ein bisschen hier in der Stadt umschauen Weil ich nicht weiß, wie weit ich komme, wenn ich jetzt Ryan anspreche Ähm, genau Und dann schauen wir mal Ich danke fürs Zusehen Tschüss! Jungs Bis zum nächsten Mal.